Volkadas. Die allererste Übung. Ihr denkt nach oben, geht ein bisschen zurück. Und wieder vorn. Jetzt machen wir die gleiche Geschichte mit einem Wiegeschritt. Denkt nach oben, ist die Volkada. Wieder zurück. Liegen. Links zurück. Liegen. Links zurück. Hier ist die Zuwendung. Ja, und die Rotation. Die Rotation. Das ist mein Standbein. Mit dem muss ich stark sein. Da habe ich viel Kraft drin. Und beim freien Bein ist wichtig, dass ich auch das Kniegelenk loslasse. Am Ende der Bewegung ist das Bein geschreckt. Aber wenn es losgeht, geht das Knie los, dann kommt der Fuß und dann geht das Bein nach Hause. So kann der Fuß malen. Macht das Bein nicht steig. Und Zuwendung. Bein. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020